weißt du als ich mit anfang 20 an den bodensee kam hier in dieses paradies auf erden war das erste gefühl was ich tief in meinem herzen spürte hier bin ich zu hause hier werde ich bis zu meinem lebensende sein und dieses gefühl war so eine innere gewissheit und heute weiß ich dieses gefühl entspricht meinem vorgenommenen seelenplan heute verstehe ich mein leben die biografie und all das was meine seele sich vorgenommen hat für ein gesundes liebevolles erfülltes leben und dies möchte ich auch dir mit auf den weg geben in meinem online seminar welches vom sechsten bis zehnten märz stattfindet seelenplan was dein schicksal bestimmt in dieser woche trainieren wir unsere geistige anbindung die starke intuition das innere wissen begleitet wird all das auch mit persönlichen engelbotschaften so höre auf dein herz und wenn es was für dich ist dieses thema so freue ich mich dass wir uns bald bei diesem seminar online wiedersehen werden und solange genieße ich dieses paradies und wünsche dir alles liebe dieser welt